Musik Moin und willkommen im zweiten Adventskalendertürchen. Den Spruch von gestern, wonach Schleswig-Holstein erst 50 Jahre nach dem Untergang der Welt untergeht, den hat Theodor Heuss gesagt. Der Mann, dem seine Eltern den Namen eines Hedentreffungskreuzers gaben. Und hier ein Zitat. Die Fenster müssen wieder aufgerissen werden. Wir müssen wieder die Weite des Himmels und der Erde sehen. Wie kann die Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, ihrem Anspruch und ihrer Weisung erscheinen? Wer hat das bloß gesagt? Musik 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 Vielen Dank.